Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-fach-Map ohne Gräben Version 1.3. Wir sind hier auf einem Feld am Dreschen, am Roggen-Dreschen und wir sind parallel schon dabei, auch wie man sieht hier, na jetzt verhaspel ich mich. Was wollte ich denn sagen? Achso, Stroh einzufahren. Mal gucken, ich habe hier in der letzten Folge, da ist mir leider die Aufnahme, ist mir das Programm abgestürzt, ich konnte nichts mehr machen, ich konnte leider auch nicht mehr speichern, habe also irgendwie 10 Minuten Arbeit verloren. Ich habe inzwischen einen neuen Cosplay-Kurs eingefahren, der mir jetzt nur eine Abladestelle hat, zwei Abladestellen darf man scheinbar bei so einem kombinierten Kurs nicht haben. Mal gucken, ob das denn funktioniert, ob der dann vernünftig damit dann das zum Eierhof, zum Stroh bringt und das ablehnt. Wenn ja, wäre mir ja schon mal sehr geholfen, wenn nicht, puh, dann muss ich wohl nochmal einen Cosplay-Kurs, also ein Training, ein Cosplay-Training sozusagen, besuchen, wenn es sowas geben würde. Vielleicht macht Experience ja sowas, ich weiß es nicht. Naja, mal gucken, wir beobachten mal hier, währenddessen sehe ich, okay, unser Series 7 mit Anhänger, der steht und wartet, unser Drescher, der drischt fleißig und unser TGS hat 73% Roggen hinten drin. Und dann, naja, wenn der das dann wegfährt, dann gucken wir mal, dass wir dann da hinterher kommen, dass wir dann da das dann in die richtigen Silos leiten. Wäre ja doof, wenn das irgendwie daneben geht. Aber erstmal bin ich gespannt, ob der Kurs hier funktioniert. So, was ich gemacht habe, ist natürlich ganz einfach, ich habe mir den Kurs vom Drescher geschnappt, damit ich natürlich immer den Strohschwart habe und habe dann eben zusätzlich meinen Abfahrkurs damit rangehängt. Und jetzt gucken wir mal, der ist gleich voll hier, 80% hat er schon. Gucken wir mal, ob er das dann auch vernünftig ablädt. 90%, weil die Wand schafft er schon gar nicht mehr zu Ende. Hakel, Hakel, ja, das kann mal passieren. So, bis dahin schafft er es. Und jetzt fährt er ab. Mal gucken. Mal gucken, wie das läuft. Ob das läuft. Und wenn ja, warum nicht. Unser TGS ist noch ein bisschen langsam. Unser Drescher steht schon wieder. Weil der voll ist. Ja, schauen wir mal, was hier jetzt so bei rumkommt. Und wenn er das vernünftig macht, das wäre ja schon mal echt großartig. Aber ich muss mich da nämlich nicht mehr drum kümmern. Na los. Ah. Ja, ist jetzt nicht so entertaining. Aber ich möchte das gerne beobachten. Ob der das richtig fährt oder ob der da Mist baut. Wenn der Mist baut, dann würde ich dann das Spiel danach einfach nochmal neu starten und gucken, ob er es dann richtig macht. Weil das hatte ich ja beim Kompost. Da hatte ich einen Kurs von Feld 4, glaube ich, eingefahren zum Kompost. Und das ging immer schief. Der hat das nie richtig abgeladen. Immer gecrasht. Dann habe ich das Spiel gestoppt, wieder gestartet, weil ich eine neue Aufnahme-Session hatte. Und ab da lief derselbe Kurs, den ich nicht verändert habe, ohne Probleme durch. Ja. So, was kommt hier jetzt? Schauen wir mal. Geht doch schief, oder? Leute? Geht das gut, oder geht das schief? Ich werde bekloppt. Na ja, außer dass er jetzt hier durchdrehende Reifen hat. Also. Hier. Ja. Ja. Da. Ja. Ja. Naja, nicht der perfekte Kurs. Naja, aber zumindest mal... Ja, super. Oh! Ich werde jetzt aber erstmal einen Stall hier voll machen. Ich werde zusehen, dass dann ein Stall hier vernünftig versorgt wird. Dann kümmere ich mich um den nächsten. Es werden immer mehr Hühner aus. So. Okay. Gucken, was er jetzt macht. Noch einmal verfolgen, wo er denn wieder anfängt. Ob das alles spielt. Und wenn ja, dann bin ich ja schon sehr zufrieden. Na, ich werde doch weich. Der Lexion ist doch schon wieder voll. Und er hier... Kraft ist. Oder wie? Mann, 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 doch. Er müsste ja jetzt wieder an dem Punkt fahren, wo er aufgehört hat. Eigentlich. Ich glaube, das tut er auch. Was ist jetzt hier rum? Genau. Wunderbar. Mehr wollen wir doch gar nicht, oder? Wollen wir mehr? So. beobachten. Siehst du, er ist doch auch bald fertig hier, der Drescher. Das ist doch schön. Ja, was haben wir denn hier noch? auch. vamos, van Sie? . الد seasonedänd away war es doch nicht. hacker Partner. Wo ist die Drescher? was auch nicht. Was ist die Drescher? Und das ist Superman. Spiel Ded ýsel. quer�� for seven. Ja, dann kaufe ich das Geld. Habe ich denn da oben getropfen? Hingens erntereif. Habe ich denn noch Feltner? Feltner mal hin. Erntereif. Roggen drauf. Erntereif. 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 da bin ich jetzt mal gespannt wahrscheinlich wieder das gleiche problem beim wegfahren haben gerade schade sonst wäre der kurs cool abladen funktioniert schon rufen dass man wegfahren jetzt auch mal funktionieren würde verstehe ich warum er da jetzt rum fährt bewegt sich auch nichts was man sagen könnte ja irgendwann irgendwann hat das warum macht er nicht gleich so und alles ist gut jetzt wird er hier etwas hängen das geht letzte reihe super sehr schön ja wie wir das nächste feld 9 abernten das seht ihr in der nächsten folge ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir einen kommentar hinterlasst mir ein like oder abonniert mich es würde mich freuen oder noch mehr freut es mich natürlich wenn ihr nächstes mal wieder einschaltet in diesem sinne sage ich ciao